Sie werden lachen, es wird ernst. Heute dreht sich alles um das Thema... Entschuldigung, das ist mir jetzt unangenehm. Hallo? Ja, dritter Stock bitte, Studio 3. Danke. Okay, Entschuldigung, wo war ich? Achso, ja genau. Ja, also heute geht es um die größte Konkurrenz der Zeugen Jehovas, seit es die Türklingel gibt. Paketzusteller. Rund 350 Millionen Packerl wurden 2023 in Österreich zugestellt. Die Hälfte davon bekommt übrigens mein Nachbar. Der Löwenanteil aller Zustellungen entfällt auf vier große Player. Die Post, Amazon, DPD und GLS. Ja, 350 Millionen Zustellungen, das ist eine logistische Meisterleistung. Wie funktioniert das? Schlecht. Aber Sie kennen das, Pakete kommen zu spät an, sind beschädigt oder verschwinden. Immer mehr Pakete, das bedeutet auch immer mehr Stress im System. Kunden und Paketzusteller schlagen. Alarm! Alarm! So, Sekunde, Sekunde bitte. Sie werden fragen, was interessiert mich der Zusteller oder wie mein Nachbar sagt, die faule Sau, die nie bei mir klingelt, nur weil ich im vierten Stock wohne. So, bitte geben Sie es her. Gut, ja. Dankeschön, Wiederschauen. Mein Nachbar sagt auch, der Zusteller kann ja streiken, wenn ihm irgendwas nicht passt oder mehr Geld verlangen. Aber, ja, so einfach ist das leider nicht. In aller Regel sind Online-Bestellungen für Sie und für mich versandkostenfrei. Das Problem dabei... Im Großen und Ganzen kostet aber der Transport trotzdem was. Und natürlich versucht jetzt jeder, Kosten zu reduzieren. Und am Ende übrig in der Kette bleibt natürlich der Kleintransporteur. Damit sich Paketzustellung überhaupt rechnet, müssen die Konzerne ihre Kosten minimieren. Und wo macht man das am einfachsten? Beim schwächsten Glied in der Lieferkette, dem Zusteller. Der DPD oder GLS-Bote an ihrer Tür arbeitet in aller Regel nicht für die Versandunternehmen, sondern für eine Art modernes Delivery-Startup. Das funktioniert so. Wenn Sie oder ich online ein Paket bestellen, dann gibt der Online-Händler die Sendung bei einem Versandunternehmen auf, also GLS, DPD und so weiter. Das Versandunternehmen gibt die Pakete weiter an die Frechter. Das sind jetzt unsere Startups, selbstständige Unternehmer, die sich darum kümmern, dass das Paket zum Empfänger gelangt. Die Frechter beschäftigen Fahrer, die die Zustellung bis an die Haustür übernehmen. In der Uniform eines Unternehmens, für das Sie offiziell gar nicht arbeiten. Und dann ist das Paket endlich beim Kunden. Aber warum so ein kompliziertes System? Weil es billig ist. Das Versandunternehmen bezahlt eine Pauschale pro Paket oder pro Route. Der Frechter muss damit klarkommen. Beim Fahrer bleibt am Ende dann nicht viel übrig. Zwar gibt es einen Kollektivvertrag für Paketzusteller, aber laut einer aktuellen Studie von Uni Wien und Arbeiterkammer erhält kaum einer der befragten Zusteller den vorgeschriebenen Lohn. Ihnen werden zum Beispiel Überstunden nicht ausbezahlt oder Strafen abgezogen. Ein Fahrer musste sogar die Hälfte seines Urlaubsgelds am Bankomat abheben und bar seinem Chef zurückgeben. Denn viele Fahrer werden entweder geringfügig oder in Teilzeit angestellt und erhalten den restlichen Lohn als Schwarzgeld. Ohne volle Absicherung für Gesundheit und Pension in der Sozialversicherung. Dass die Branche nicht ganz sauber ist, weiß sogar der Finanzminister. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hervor. Diese ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnisse werden oftmals von Personen übernommen, die aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse sonst keine Möglichkeit am Arbeitsmarkt haben. Ja, das nennt man dann wohl den Austrian Dream. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Paketlieferanten zum Pfandflaschensammler. Mit verschiedensten Methoden wird also der Stundenlohn gedrückt. In Einzelfällen kommen dabei weniger als 6 Euro pro Stunde beim Fahrer an. Aber das ist leider noch nicht der Gipfel des Paketbergs. 200 Zustellungen pro Tag sind keine Seltenheit. Das ist kaum zu schaffen. Wenn ein Fahrer das geforderte Pensum nicht erreicht, drohen Penale. Uns liegt ein solcher Strafenkatalog vor. Eine nicht korrekt zugestellte Sendung kostet dem Paketzusteller hier zum Beispiel 50 Euro. Aus eigener Tasche. Kurz, die Zusteller müssen für eine pünktliche Lieferung gerade stehen können, aber keine einzige Zustellung ablehnen. Warum kommen Pakete trotzdem nicht an? Wenn du über 200 Stopp hast, du läufst es nicht an. Einfach Paketstopp. Fertig. Ja, 200 Stopps in 8 Stunden. Das kennen sonst nur Familienväter auf dem Weg in den Urlaub. Es ist unter diesen Umständen kein Wunder, wenn Paketzusteller lieber behaupten, sie hätten niemanden angetroffen, als teure Strafen zu riskieren. Auch im Krankheitsfall stehen die Fahrer unter enormem Druck. Entweder sie erscheinen bei der Arbeit oder die Frechter drohen mit Kündigung. Hier ein echtes Foto von einem Paketfahrer im Frühdienst, das unserer Redaktion zugespielt wurde. Ich sage ja immer, lieber Arm dran als Arm ab. Aber fassen wir zusammen. Der Online-Versandhandel basiert auf viel zu niedrigen Versandkosten, einem undurchsichtigen System von Subunternehmern und auf der Ausbeutung der Zusteller, die oft nur einen Teil ihres gesetzlich vorgeschriebenen Lohns erhalten. Uns gegenüber versichern DPT und Amazon, dass Verfehlungen ihrer frechter Konsequenzen haben. Aber ich finde, Konsequenzen sind gut. Haftung wäre besser. In Deutschland gilt bereits seit 2019 das Paketbotenschutzgesetz, das die großen Versandunternehmen in Haftung nimmt für die Sozialabgaben der Zusteller. Wenn die endlich auch in Österreich haften würden, für Sozialabgaben, aber ebenfalls für Löhne, dann hätten sie auch ein Interesse daran, dass sich das Geschäft für ihre Subunternehmer auch noch auszahlt. Oder sie stellen gleich eigene Fahrer an, wie es etwa die Post mit einem Großteil ihrer Mietarbeiter macht. Ah ja, hier rüber, hier rüber bitte. Kommen Sie ruhig ins Bild, ist in Ordnung. Das sind 38 Packerl, 350 Millionen Pakete österreichweit. Das macht eben 38 Pakete pro Einwohner pro Jahr. Das heißt, jeder von uns hat im Schnitt 38 Gelegenheiten, nett zu seinem Paketzusteller zu sein. Und das wäre ja wohl das Mindeste. Gut, danke Ihnen. Sie können es gerne wieder mitnehmen, ich habe es nur zu Demonstrationszwecken bestellt. Okay, bei der nächsten Bestellung fange auch ich damit an, nett zu sein. Versprochen. Applaus 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 Applaus